Polizeiberichte Berlin 28. Juni 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Streitschlichtung endet in Schlägerei Nummer 1076 In Grönau wurden gestern Abend zwei Jugendliche verletzt. Laut Zeugenaussagen sei es gegen 19 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gekommen, bei der zwei 15-Jährige verletzt und bedroht wurden. Die beiden Jungen sollen sich mit dem ebenfalls 15-Jährigen späteren Tatverdächtigen zu einer Streitschlichtung in einer Grünanlage in der Königseestraße getroffen haben. Jedoch sei dieser in Begleitung von 14 weiteren Jugendlichen gewesen. Statt den Streit beizulegen, habe er dann einem der beiden 15-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten, als er bereits am Boden lag. Ein Mädchen aus der Gruppe schlug den Begleiter des Angegriffenen ebenfalls mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zwei weitere Beteiligte sollen ein Messer und einen Teleskopschlagstock gezeigt, beide Waffen aber nicht eingesetzt haben. Andere Jugendliche beteiligten sich an den Schlägen auf die beiden 15-Jährigen, filmten die Tat und ließen erst ab, als sie das Martinshorn der alarmierten Rettungskräfte hörten. Die Gruppe flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Rettungskräfte versorgten die verletzten 15-Jährigen am Ort. Eine der beiden kam im Anschluss mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost. Bericht, mehrere Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt. Nummer 1077 Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Rahnsdorf, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr eine 69-Jährige gegen 10.15 Uhr mit ihrem Auto auf dem Fürstenwalder Damm in Richtung Müggelsedamm. Ein 86-jähriger Autofahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 69-Jährigen, die sich dadurch Verletzungen am Oberkörper und am Sprunggelenk zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Der 86-jährige Fahrer erlitt bei der Kollision eine Verletzung am Oberkörper, seine 86-jährige Beifahrerin zog sich Knochenbrüche am Oberkörper zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wobei die Frau stationär aufgenommen wurde. Die Autos waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Fürstenwalder Damm wurde in der Zeit von 10.15 bis 11.50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3, Ost, übernommen. Bericht, Radfahrerin verletzt Nr. 1078 Gestern Mittag wurde eine Radfahrerin in Alt-Treptow bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 32-jährige Fahrer eines Lkw gegen 12 Uhr die Kiefholzstraße von der Treptowstraße kommend in Richtung Elsenstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Elsenstraße erfasste der Fahrer die in dieselbe Richtung geradeaus fahrende Radfahrerin. Die 45-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an den Armen, Beinen, dem Kopf und dem Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Eine 41-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung Kiefholzstraße-Elsenstraße bis 12.40 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Davon waren auch mehrere Buslinien betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3, Ost, übernommen. Bericht Zehn Jahre Integrationsprogramm nicht im Abseits stehen, Treffen der Kulturen beim Fußballturnier für Toleranz und Integration 2023. Nummer 1079 Das Integrationsprogramm NIAS nicht im Abseits stehen, wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Gefeiert wird am 1. Juli 2023 ab 10 Uhr auf dem Sportplatz in der Tietzstraße 33 und Nummer 8211.41 in 13509 Berlin-Reineckendorf. Von 11 bis 16 Uhr rollt dann der Ball beim Fußballturnier, das die Polizeidirektion 1, Nord, als Teil des Integrationsprogrammes NIAS mit Unterstützung des Bezirks Reinickendorf, den weiteren fünf Polizeidirektionen Berlins, der Volkerreizstiftung sowie des SC Borsigwalde durchführt. An dem Turnier nehmen Mannschaften aus verschiedenen Flüchtlingsunterkünften sowie Berliner Fußballvereinen teil. Die Kinder im Alter von neun bis elf Jahren spielen um den NIAS-Pokal. Der ehemalige Fußballspieler Jimmy Hartwig wird auch dieses Jahr als Integrationsbotschafter des Deutschen Fußballbundes, DFB, das Turnier begleiten. Der Eintritt ist frei. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen. Bericht Falsche Telekom-Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt Nummer 1080 Gestern Nachmittag klickten die Handschellen für zwei mutmaßliche Trickdiebe in Prenzlauer Berg. Gegen 14 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte des Landeskriminalamts die beiden einschlägig bekannten Tatverdächtigen beim Klingeln an mehreren Wohnhäusern. In der Hans-Eisler-Straße wurden die Tatverdächtigen eingelassen. Als falsche Telekom-Mitarbeiter getarnt wurden die 22 und 23 Jahre alten Männer in die Wohnung eines 80-Jährigen eingelassen. Während einer der beiden mit vermeintlichen Arbeiten an den Leitungen den Wohnungsinhaber ablenkte, gelang es seinem Komplizen, eine Schmuckschatulle sowie eine zweistellige Summe Bargeld zu entwenden. Als die Tatverdächtigen wenig später das Haus mitsamt ihrer Beute wieder verlassen wollten, griffen die Dienstkräfte zu. Das Diebesgut konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diesen Fall zum Anlass nehmend, rät die Polizei. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden. Wenden Sie sich im Zweifel an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf. Nähere Informationen zum Trickdiebstahlbetrug finden Sie hier. Seniorinnen und Senioren finden weitere interessante und hilfreiche Informationen für Ihre Sicherheit hier. Bericht, Männer mit Messer verletzt. Nummer 1081 In Kreuzberg wurden gestern Abend zwei Männer mit Messern verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 31- und 50-Jährigen gegen 20.30 Uhr in der Reichenberger Straße unterwegs, als der Jüngere mit einem Unbekannten in Streit geriet und im weiteren Verlauf von diesem mit einem Messer attackiert wurde. Dabei erlitt der 31-Jährige eine Schnittverletzung im Gesicht. Als der 50-Jährige dazwischen ging, wurde auch er von dem Unbekannten angegriffen und trug Schnitt- und Stichverletzungen am Bein sowie im Gesicht davon. Er kam zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus. Der 31-Jährige ließ sich vom Rettungsdienst am Ereignisort versorgen. Dem Tatverdächtigen gelang die Flucht in Richtung U-Bahnhof Cottbusser Tor. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat die Kriminalpolizei der Direktion 5, City, übernommen. Bericht, Radfahrerin fährt gegen Bus und stürzt. Nummer 1082 Heute Morgen wurde eine Radfahrerin in Mitte bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr die 45-Jährige Radfahrerin gegen 8 Uhr die Hirtstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße, um in diese rechts einzubiegen. Dabei stieß sie gegen den hinteren Teil eines Linienbusses, dessen 59-jähriger Fahrer auf der Busspur der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs war. Der Busfahrer hielt den Bus nach dem Zusammenstoß unverzüglich an. Die 45-Jährige zog sich durch den Aufprall und den Sturzverletzungen an den Armen, Beinen und dem Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 45-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. In dem Linienbus wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5, City, übernommen.